Berge, Schnee, glatte Straßen. Traumhafte Bedingungen für den neuen Golf 4Motion. In Kitzbühel stellt Volkswagen sein jüngstes Allradmodell vor. Der permanente Vierradantrieb im Golf 7 gehört zu den modernsten und effizientesten Systemen dieser Art. Im 6er Golf hatten wir auch schon einen sehr guten Allradantriebsstrang. Wir konnten hier nochmal Verbesserungen im Bereich der Haltungskupplung bringen. Da sind wir jetzt in der neuen Generation. Wir konnten hier 1,4 Kilo Gewicht sparen. Und fahrdynamisch konnten wir durch den Einsatz des XTS an der Vorder- und Hinterachse das Fahrzeug noch deutlich agiler gestalten. Das intelligent gesteuerte Allradsystem 4Motion reagiert extrem schnell auf alle erdenklichen Antriebseinflüsse. Glatteis, Kurven, steile Anstiege. Das Allradsystem erkennt die Situation und greift ein. Es verteilt die Kraft je nach Bedarf auf alle vier Räder. Ein Beispiel. Verliert die Vorderachse auf Eis an Traktion, reagiert das Allradsteuergerät sofort und erhöht über die Haldex-V-Kupplung die Antriebskräfte der Hinterachse. Nach diesem blitzschnellen Eingriff fährt das Auto sicher über die rutschige Stelle. Und noch etwas ist neu. Der Golf 4Motion kommt serienmäßig mit einer elektronischen Quersperre für die Vorder- und Hinterachse zum Kunden. XDS verbessert die Fahrdynamik. Durch das XDS können wir das Fahrzeug deutlich agiler machen. Das heißt, bei schnell gefahrenen Kurven bremsen wir die kurveninnere Räder an. Und dadurch können wir Drehmoment auf die äußeren Räder bringen. Und so dreht das Fahrzeug in die Kurve leichter ein und wird dadurch sehr handlich. Gerd Salbenmoser ist seit 40 Jahren der Wirt der Rübezahl Alm. Täglich fährt er den 5 Kilometer langen Forstweg hoch zur Alm. Bei jedem Wetter. Für uns hat er den neuen Golf 4Motion getestet. Auch da, wo sonst nur Skifahrer unterwegs sind. Wir haben ja heute richtig schlechte Verhältnisse. Es ist ja teilweise richtig matschig. Unten rauf ist eisig. Und der Wagen zieht durch. Er ist überall griffig drauf. Ich kann es gar nicht glauben. Wirklich gut. Besonders beeindruckt Gerd Salbenmoser, wie der Allrad-Golf steile Passagen meistert. Das ist einfach traumhaft, wenn man mit so einem Auto wie der Golf die Kurven mit dem zweiten Gang locker durchziehen kann. Das ist nicht normal. Man fährt da durch wie nix. Leicht rüber triften und er zieht an wie ein 300 PS Auto. Ganz klasse. Der Golf 4Motion. Er nimmt widrigen Straßenverhältnissen den Schrecken.